Musik Ja, hallo meine Freunde, ich bin's wie Moir Gunshot und ja, wir sind bei Z-Division auf dem PTS Survival, oder ich zumindest. Und ich möchte auf jeden Fall Survival spielen, also überleben und möchte euch dahin einmal mitnehmen, damit ihr auch mal seht, was das ist, wie auch immer, falls ihr es schon kennt, einfach bloß wie dullig ich mich anstelle da und mal sehen, ob ich das ausfliegen schaffe, nicht wahr? So, der Modus ist ganz cool, ich melde mich schon mal an, das kann dauern, muss aber nicht, wir machen natürlich Player gegen Player, damit es auch interessant bleibt. Und dann warten wir eben und dann geht es gleich weiter. Besser, sie schnappen sich einen Schutzanzug-Agent. Die in der Dark Zone verlorenen experimentellen Virustatiker sind lokalisiert worden. Wir können nicht warten. Sie müssen sofort mit einem Team hin und sie finden, vor den anderen. Na los, schneller! Uns läuft die Zeit weg, wir müssen in der Luft sein, bevor der Sturm tobt. Allerdings, zieht da ein Sturm auf. Es soll der schlimmste seit mehr als 100 Jahren sein. Wir schließen die Basis für die Dauer des Sturms. Funk wird es nicht geben, und wohl auch kein Isaac. Wir werden also keinen Kontakt haben. Vorsicht, wir sind in Kürze da! Sie müssen unbedingt vor dem Sturm da sein. Und hören Sie, tun Sie alles, um lebendig hierher zurückzukommen. Ich brauch Sie. Lau Ende. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ja, meine Freunde, da sind wir jetzt. In Manhattan. Und haben uns verletzt. Wir haben uns im Endeffekt jetzt gerade eine örtliche Infektion, steht auch da, eingefangen. Und die müssen wir... Ich will das nicht nochmal sehen. Und die müssen wir im Endeffekt die ganze Zeit unter Kontrolle halten und eindämmen. Wo bin ich denn hier? So. Stoff. Genau, wir müssen uns auch gleichzeitig, weil draußen ein Sturm tobt, Klamotten basteln, die uns warm halten. Genauso wie wir uns Ausrüstung suchen müssen, etc. pp. Alles self-made. So, solche Taschen finden wir hier, Schmerztabletten. Damit dämmen wir das jetzt ein. Die können wir nehmen. Alarm, Infektion vorläufig gestoppt. So, jetzt haben wir eine Stunde 50. Das läuft halt immer weiter runter. Und desto öfter wir halt nach Ablauf unserer Tabletten, nach der Wirkzeit, die Dinger einschmeißen, desto, ja, länger haben wir im Endeffekt zu überleben. Und wir werden auch einige Zeit brauchen, um uns für die Darkzone zu wappnen, um die Virustatica im Endeffekt auch bergen zu können, um gegen die NPCs und Spieler ankommen zu können. So, wir fertigen uns erstmal eine Mütze an mit vier Temperatur. Ich hätte es auch gleich anziehen können, habe ich jetzt auch nicht gemacht. Das hält uns im Endeffekt vier Grad wärmer, deswegen diese Temperaturanzeige. So, sieht irgendwie schick aus, aber er zwüllt ihren Feck. Alles klar, er füllt ihren Zweck. Auf die Straße müssen wir vorsichtig sein. Kann sein, dass 10.000 Helden jetzt hier rumstromern. Oder nicht einer. 19 sind noch da. Weil jeder ist an sich hier Feind. Man kann davon ausgehen, dass die einen definitiv und sofort angreifen. Deswegen müssen wir das eigentlich auch selber sofort tun. Ich gucke ganz kurz meine Lage, wo ich bin. Okay, da ist schon einer ohnmächtig. Okay, ich werde mich jetzt einfach erstmal ein wenig umschauen. Ja, und hier Waffenteile sammeln und so weiter. Weil, wie gesagt, ich muss hier das komplette Equip neu erfarmen, neu erstellen. Und ich muss auch aufpassen, dass ich mich zwischendurch warm halte. An den Feuertonnen etc. Hier ist keine zu sehen. Hemd, blau, ein Ohr. So. Wir müssen jetzt ganz kurz irgendwo hin, wo wir uns aufwärmen können. Das ist nur Licht. Da. Haben wir einen Raum. Da können wir kurz rein. Oh, oh. Fuck. Wir haben keinen Müsli-Riegel. Wir haben nichts. Mist. Und ich muss mich irgendwie regenerieren. Die Tasche wurde schon benutzt. Okay, gucken wir uns jetzt erstmal an, was ich jetzt gerade bekommen habe. Ich habe eine Jacke bekommen. Die hält uns ein bisschen wärmer. Ein Halstuch habe ich noch nicht. Aber ein Hemd, das noch schlechter ist als das, was ich je schon habe. Ja, super. Und jetzt geht die Infektion weiter. Ich muss jetzt also eigentlich auch Medizin finden. Möglichst fix. Gucken wir mal, ob hier in dem Ärztehaus noch irgendwas rumliegt. Ich nehme an, das ist sowas wie eine Apotheke. Aber hier sieht es nicht danach aus, als wenn hier noch irgendetwas übrig sein sollte, könnte. Ne, die ganzen Taschen sind leer. Aber wir haben auch noch eine Waffe gekriegt. Eine PB19. Werden wir mal eben primär ausstatten. So, ich hoffe jetzt nicht, dass wir auf Gegner treffen. Sobald doch, werde ich gezwungen sein, sofort ein Medkit zu nehmen. So, erstmal aufwärmen. So, aufgewärmt und weiter geht's. Hier schießt jemand. Dann lodert ein Feuer. Dann können wir kurz hin, um uns auch wieder zwischendurch aufzuwärmen. Also alles, was wirklich auch Wärme macht, hält uns warm. So. Ich sage sehr oft das eine Wort gerade. Ich sage es jetzt nicht auf einmal. Das ist mir bewusst. Ich muss hier auch trotzdem ein paar Sachen finden, mein Freund. Nichts hier. Ist die Küste... Oh, da. Zwei. So. So. Mir ist schon wieder kalt. Da ist ein Feuer. Und direkt hin da, ohne Umwege. Und hier ist auch ein... ein Safe Room. Okay, hier sind Klamotten drin. Oh ja, Softshell. Das sieht gut aus. Waffen. Ich brauche Medikamente. Ich hoffe jetzt, dass im Safe House vielleicht nochmal Medikamente rumliegen. Oder im Versteck. Wir haben Glück. Alarm. Brauchst du doch nicht alarmieren. Das ist gut, wenn die aus... gestoppt ist, Mann. So. So aussehen. Hemd. Da. 15er. Richtig gut. Ich werde mir schnell noch ein Haltstuch kraften. Oder ein Schal. Das Teil fehlt noch. So, dann werden wir damit jetzt erstmal ein bisschen besser klarkommen. Weiter die Umgebung absuchen. Dass wir auch besseren Loot kriegen. Und vor allen Dingen... Wesentlich mehr... Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Hier war ich doch eben grad gar nicht. Egal. Solange ich hier Medikamente kriege, ist alles super. Hier haben wir noch ein Gebäude. Kommando-Holster. Oh, wie schön hier drin. Oh, oh. Hier ist noch wer. Nochmal Medikamente. Das läuft gut jetzt. Das läuft echt gut. Was zu trinken, was zu essen. Oh, cool. So, ein Wasser. Gucken wir uns kurz das Holz da an. Ja. Ja, sieht gut aus. Ah, da ist aber Dings drauf. Elektronik. Egal, auf jeden Fall mehr Rüstung. Das ist schon mal was wert. Zum Glück habe ich das noch mitgekriegt. Wird's jetzt direkt kalt. Ich renne jetzt noch ohne großartiges Ziel rum. Einfach bloß, um erstmal überhaupt Anfangsequip zu kriegen. Weil auf größere Gegnermengen brauche ich mich noch gar nicht einstellen. Auch wenn die kleinen noch relativ einfach sind, aber die sind irgendwann wieder lila und Gold und hast du nicht gesehen. Was ist denn jetzt? Hier war auch schon wieder jemand. Nee, da hinten. Entweder hat er das vergessen oder... Das ist so trist. Alter Schwede. Warnung, Immunreaktion entdeckt. Infektion steht bevor. Alarm, Infektion vorläufig gestoppt. Wir könnten ihn töten, liebe Freunde. Und weil ich nicht weiß, was er schon alles gesammelt hat, werden wir das tun. Es tut mir sehr leid. Es tut mir jetzt schon leid. Gut, er hat Medikamente. Das ist wichtig. So überleben wir länger. Jetzt müssen wir uns hier aber verziehen, weil die Leute halt sehen, dass da einer war. Wenn die in Looten kommen wollen, könnten das sein, dass die als nächstes mich platt machen. Wäre natürlich jetzt vielleicht mal eine gerechte Strafe, aber ich muss überleben. Und glaub mir, ich habe schon ein paar Runden gespielt, die machen es nicht anders. Da ist ein Schutzraum. Da können wir gleich mal in Ruhe nachgucken und vielleicht noch mal ein bisschen Tabletten tanken. Ja. 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 Anfertigen brauche ich jetzt erstmal nichts. Knieschoner. Blauer. Schön. Jo. Nee. Das war alles Kacke. Ich habe hier weniger Leben überall drauf auf den Dingern. Immer schön zerlegen, um den Stoff zu kriegen. Der ist andern. So. Sonst hat er nichts gehabt. Nee. Okay. Dann soll das auch erstmal reichen und wieder raus. Okay. Gut, ich hätte mir jetzt noch bessere Klamotten bauen können, aber ich ziele einfach noch so ein bisschen drauf, dass ich welche finde. Weil noch ist es nicht so schlimm. Und ich bin hier in einem relativ unabgefarmten Gebiet, wie es scheint. Was echt praktisch ist. Ich kann es nicht mitnehmen. Shit. Weil ich schon zwei habe. Ja. Nochmal Medizin. Sehr gut. Einmal frei. Auf so Dächern können auch immer schöne Waffenkisten sein. Genau. Oder halt Materialien. 14 Agenten verbleiben. Ich habe natürlich auch so ein bisschen das Gefühl, ich renne hier im Kreis. Da muss ich aufpassen. Kurz gucken, wo ich bin, damit ich weiß, ich renne nicht im Kreis. Okay. Okay, das geht noch. Ich könnte mal Richtung Wahrzeichen rennen. Warte mal, was hatten wir da eben? Erstmal zum nächsten Versteck. Mal sehen, was wir auf dem Weg finden. Vielleicht wieder Medikamente. Damit kann man sich gar nicht genug eindecken. Uns wird kalt. Gut, wir können die Tonnen auch selber aktivieren. Einfach, genau, so eine Leuchtfackel reinschmeißen. Oh, ist das trist. Ich finde auf jeden Fall eine geile Atmosphäre. Richtig geil gemacht. Die Musik hätte man noch etwas dramatischer machen können. Oh, hungrig. Oh. Habt ihr auch gerade gedacht, dass da wer geht? Ich. Alter Schwede. So, Hunger bekämpft. Halt, ist da hinten was drin? Oh, scheiße. Sag mal. Okay, keiner mitgekriegt. Ich hoffe, das waren die einzigen beiden. Guck mal, was die hier drin beschützt haben. Okay, anscheinend nicht viel. 27 Sekunden. Ich muss mal erst mit den Tabletten weitermachen. Durstig. Jetzt geht's richtig los. Ihr merkt, euer Charakter wird immer bedürftiger. Also deswegen sind gerade die Materialien wirklich wichtig. Da hinten haben wir noch was. So, jetzt ist es mir warm. Ich brauche Elektronik. Ich würde mir gern den Heal als Fertigkeit holen. Oh, komm ich hier hoch? Ja. Waffenteile, Waffenteile, Waffenteile. Ich brauche Elektronik. Okay, hier war noch keiner. Oder? Gut, ein da. Oh, dieses Stoff. Und Medizin. Alarm, Infektionsausbreitung gestoppt. Das ist doch gut. Ich würde Achtung sagen, aber nicht Alarm. Alarm, Alarm. So, was hatte ich jetzt? Genau, ich habe Sachen gedroppt gekriegt hier. Eine MK. Ja. So, hier. Das ist auf Elektronik. Ja, hier können wir das mal ein bisschen ausgleichen. Hier haben wir noch ein bisschen Kapazität und Munition dabei. Ich habe noch nichts bekommen. Okay, ich probiere einfach mal, ob ich jetzt schon eine Fertigkeit bauen kann. Da. Ja, Impulsgeber noch nicht. Ich würde mich gerne immer heilen können. 0 von 3 Elektronik und 0 von 1 Werkzeug. Kann ich überhaupt Elektronik bauen? Nee. Dann lassen wir das erstmal. So, jetzt habe ich das MG erstmal ausgestattet. Ist erstmal etwas stärker. Warte, wo renne ich lang? Hier zum Wahrzeichen will ich. Ich weiß zwar nicht, ob ich das Wahrzeichen jetzt schon knacke. Von meinem Damage her. Und von meiner Ausrüstung. Aber mal ausprobieren. Hier in der Gegend selbst hinten bin ich noch nicht direkt rumgelaufen. Das heißt, ich muss es ausprobieren. Hier war schon jemand. Wer war's denn du? Komm. Elektronik. Alle JTF-Einrichtungen sind in den nächsten 24 Stunden. Elektronik. Jihau. Grüne. Blaue wären schön. Ich brauch zwei blaue oder irgendwie so. Okay, da oben ist noch eine Materialienkiste. Nee, Quatsch. Eine Equip-Kiste. Kommando-Paket wieder. Hier geht's runter. Okay, wo muss ich hier lang? Wie komme ich da hin? Halt. Da hinten sind Zelte aufgestellt. Da muss ich rein. Da befinden sich meistens irgendwelche Materialien. Waffenteile. Und hier... Mensch. Hallo. Glaube ich nicht. Eine kleine Mini-Stufe. So, wieder Elektronik. Und ab in die Zelte. Okay, die sind alle zu, oder was? Was ist mit dir los? Du bist schon benutzt worden. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren, aber hier hinten ist... Gebäude. Schade. Ich dachte, hier wären vielleicht auch noch ein paar Materialien. Müsst die Regel. Okay, da hinten ist eine Feuertonne. Lass mal hin da. Okay, ich werde das gleich mal verschieben. Da hinten, hier, haben wir... War da gerade ein Gegner? Ach nee, da ist ein Blinke-Ding. Gucken, was da sich drin befindet. Ob da noch was da ist von dem ganzen Stuff. Gut. Wie komme ich da rein? Das hat sich gerade so angehört. Als wenn hier Gegner rumlaufen. Tun sie auch. Ich muss mir angewöhnen, nicht direkt nachzuladen. Immunreaktion entdeckt. Infektion steht bevor. Alarm. Infektionsausbreitung gestoppt. Das ist immer noch kein Alarm. Oh, scheiße. Jetzt renne ich hier echt den ganzen Weg lang. Ja, hier ist es zumindest nicht so kalt. Das heißt, hier brauche ich keine Angst haben, zu erfrieren. Okay, Haftbombe. Werkzeug. So ein Elektronikkoffer mit ganz viel Blau drin wäre super. Okay, hier kriegen wir ein bisschen Equip. Um uns so zu heilen, brauchen wir auch nicht unbedingt ein Med-Kit nehmen. Da würde auch Müsli-Riegel reichen. Aber ich gehe das jetzt einfach mal ein, dass ich bis zur nächsten Links-Station, bis zur nächsten Safe-House durchhalte. Okay, dann können wir hier wieder runter. Okay, unterster Stock im Treppenaufgang ist auch nichts. Okay. Und wieder zurück. So, ich bin nicht, ich bin nicht durstig. Das ist auch cool. Warnung, Vitalzeichen legen mögliche Infektionen nahe. Alarm, Infektion vorläufig gestoppt. Okay, hier ist nichts. Hier ist kein... Stoff. Scheiße. Aber jetzt kann ich nochmal ganz kurz nachgucken. Was für Sachen ich bekomme. So Grafenplatten, was... Alles gut. Kapazität, Munition, auch nicht schlecht. Schützen, Maske, gegnerische Rüstungsschaden. Das sieht schon eher gut aus. Ein paar Lebenspunkte noch dazu. Gut. Kommandopaket. Kritischer Treffer. Oh, nee. Auf keinen Fall. Ach so, dann kann ich das alles natürlich zerlegen. Weil brauche ich im Nachhinein ja nicht. Kommandohandschuhe. Kritischen Schaden. Ich habe jetzt zwar keine Schrotflinte, aber... Sollte gehen. Ich brauche Elektronik. Aber ich habe noch nichts, was irgendwie Elektronik herstellt. Ich werde mich jetzt nochmal ein bisschen... Auféquippen, indem ich... Wenigstens die Kleidung mache. Und den einfachen Virusfilter. Den kann ich schon mal herstellen. Dann kann ich auch hier in die kontaminierten Zonen gehen. Da gibt es bestimmt gute Sachen für mich. So, Blaupose. Mütze, man hat vier. Hier nacken wir mal zwölf. Den als erstes herstellen. F anlegen. Meine Junza zwei. Herstellen. Daunenjacke, man hat mehr. Mütze kann ich jetzt nicht mehr herstellen. Okay, passt. Soll erst bereichen. Neuer Virusschutzvorteil ist jetzt aktiviert. Das heißt, wir werden als nächstes gleich mal dorthin. Wir gehen erstmal in die kontaminierte Zone. Vielleicht finden wir dort equipt, was uns dann am Ende bei dem Hauptpunkt da hilft. Gehe ich denn hier am besten raus. Ich gehe mal hier raus. Guck mal, die helfen sich unten im Chat. Auch nicht schlecht. Den verfolge ich nur sporadisch. Aber ich habe gerade gesehen, der eine wurde noch Hilfe geschrieben. Die wurde ihm jetzt tatsächlich sogar geholfen. Da komme ich rüber. Hier komme ich rüber. Hier war schon jemand. Aber ich wahrscheinlich. Haha. Wanderstiefel aus den Dings. Die sind nämlich wärmer. Perfekt. Das macht meiner Meinung nach eine ganz andere Spielatmosphäre. Dadurch, dass man wirklich sich so... Naja, und ein bisschen unter Druck ist. Um sich kümmern muss hier mit Klamotten. Und nicht nur... Nicht nur die Quill ballern. Was auch immer. Also das rückt das Spiel in ein ganz anderes Licht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, warte mal, wenn ich es hier... Die beleben sich alle wieder. Ach, hier ist die kontaminierte Zone. Oh. Gut. Ist das jetzt schon die komplette kontaminierte? Ja, das ist sie. Und meinem Typen wird kalt, aber... Okay. Ich mache vorsichtshalber noch mal kurz Rast hier. Gefährlich sind natürlich die Tonnen immer. Man ist ja auf dem Präsentierteiler. Wenn hier einer rennt, sieht der mich halt sehr... Schnell. Das war nur eine Laterne. So, weiter geht's. Ab in die kontaminierte Zone. Kerntemperaturabfall intakt. Ach, ich brauche dafür den Fortgeschrittenen schon. Oder wie? Warte. Aufpassen. Scheint so, ne? Ja, um da reinzukommen. Ne. Jetzt bin ich... Bin ich jetzt hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall mal eben schnell ins Warme. Gucke, was ich hier finde. Madkit. Ich kann immer noch keins mitnehmen. Kein drittes. Das kann ich allerdings auch ausbauen. Gucken wir weiter nach oben. Elektronik, bitte. Naja, gut. Oder so. Nahrungskonserve. Spritze wirkt noch ein bisschen. Da, Elektronik. Sehr gut. Stoff. Trinken. Ah, sehr gut. Wenn man so ein Gebäude findet, wo wirklich noch keiner großartig drin war. Dann hat man echt Glück. Da ist man erstmal eine Weile versorgt. Hier geht es noch weiter nach oben. Oh, schön. MP5N Navy Version. Die wollte ich haben. Seht ihr? Man ist sofort versorgt. Hier finden wir bestimmt noch mal ein bisschen Elektronik oder so. Stimmt's? Oder eine Bombe, die pingt. Die Bombe, die pingt, ist auf jeden Fall da. Okay, da gehen wir gleich rein. Was ist das? Okay. Irgendwas habe ich schon wieder zu viel. Ah, 23 Sekunden noch. Achso, ich wollte mal eben kurz wechseln. Dove Idee, das draußen zu tun. Ganz dove Idee. Oh, die sieht besser aus. Die ist auch auf. Oh, die ist wesentlich besser. Gut, hier die zerlegen. Alles wichtige Materialien, die wir immer wieder gleich gebrauchen können. Gut. Und raus geht da. Der Hans-Peter. Denn gestorben wird es später. So, hoffentlich gar nicht. Schon wieder ein Mad-Kid. Wenn ich welche brauche, finde ich keine. Jetzt, wo ich keine aufnehmen kann, 10.000 Stück. Gut, ich werde jetzt... Ich bin gerade nicht da reingekommen. Also werde ich wieder Richtung dem Punkt gehen. Hat noch keiner eingenommen. Da komme ich ja sicherlich auch zwischendurch wieder an einem schönen Versteck vorbei. Dass ich dort ein bisschen rumbasteln kann. Oh, guck mal, hier draußen auch noch. Konnte ich sogar noch aufnehmen. Richtig gut. Ah, scheiße. Das vergisst man dann immer. Man konnte es nicht nehmen und dann vergisst man das. Jetzt habe ich wieder Zeit verloren. Du kannst mich mal erinnern, dass ich das vergesse. Bräunchen. Wenn ich mir das Ding gespritzt habe, weiß ich, dass ich mir das gespritzt habe. Oh, Stopp. Zum Glück bin ich kein Zivilist. Gut, hier war ich, glaube ich, schon. Komme ich da rüber? Ne, hier nicht. Hier auch. Hä? Ne. Aber hier ist gerade was explodiert. Warum explodiert hier was? Das sollte ich hier ganz vorsichtig abchecken. Kann ich mich nochmal irgendwo aufwärmen? Halt. Da ist Medizin. Smerztabletties. Ich muss mich erstmal aufwärmen hier noch. Ich glaube, ist er da. Ich will mich da in der Locken. Ah, hier haben wir eine... Okay, gehen wir erst nochmal rein. Gucken, was wir herstellen können. Vielleicht können wir den erweiterten Filter bauen. Ne. Noch nicht. Was haben wir hier noch? Stärkeres. Blaupause 8. Ja, ist alles okay. Kann ich noch nicht besser bauen. Schnellwechselmagazin. Dafür müsste ich... Hochgeschwindigkeitsmagazin. Mir fehlt hier ein bisschen was. Ausstattungsmod. Das könnte ich alles upgraden. Ich gucke mal kurz, was die Verbesserung für die Sachen hier kosten. Ganz ruhig. So, Erste Hilfe Rettungsmedizin. Drei Elektronik. Ein Werkzeug im Blau. Sehr gut. Das werden sogar drei. Ne. Warum denn Impulsgeber? Ich hab alles. Heilt alle Verbündeten in einem kleinen Umkreis. Kann ich mir noch nicht geben, oder was? Ja, dann... Später. Halt, ich bin hungrig. Mein Gott, man kommt hier gar nicht mehr aus dem Tun. Raus. Gut, jetzt geht's aber rüber da. Mal gucken, wie ich da reinkomme. Jetzt bin ich durstig. Alter, Schede. Okay. Ich seh nichts. Oh, Alter. Wo genau bin ich jetzt? Oh, ich bin hier. Da, wo ich hin wollte. Warum? Infektion entdeckt. Hier war schon jemand. 19 Sekunden erst wieder. Ich muss hier aufpassen. Kerntemperaturabfall intakt. Dein Kerntemperaturabfall interessiert mich jetzt nicht. Ich muss jetzt mal aufpassen. Okay, gehen wir mal den Stockwerk nach oben. Nachdem ich mir wieder die Spritze gesetzt hab. Nein, ich nehm erst mal... Alarm, Infektionsausbreitung gestoppt. So, 10 Minuten hab ich jetzt schon verloren. Ein Agent hat die Dark Zone erreicht. Kann er machen. Mal sehen, wie lange er da lebt. T-821, Polizeiversion. Oh, hier. Kommando-Panzer. Ich habe mir hier wirklich schwerere Gegner vorgestellt. Wenn ich das jetzt mal so behaupten darf. Ich will's jetzt nicht beschreien. Oh Gott, hier ist die... Oh, oi. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Das ist nicht die MK-17. Komm schon. Ich hoffe, das ist der Einzige. Warnung. Immunreaktion entdeckt. Infektion steht bevor. Gut, jetzt sollte ich langsam auch wieder Medikamente finden. Alarm, Infektion vorläufig gestoppt. Oh, hier gibt's wirklich so viel. Ich muss aufpassen, dass ich das alles mit mir rumschleppen kann. Nochmal ne Waffe. Elektronik. Jihau. Das ist ein Schlaraffenland hier. Jetzt war's das soweit. Bin ich irgendwo nicht lang gelaufen? Ne, das passt. Dann geht's jetzt hier erstmal wieder runter. Also Werkzeug habe ich jetzt, glaube ich, en masse. Da dürfte Medizin drin sein in dem Zelt. Hoffe ich doch. Nein, nur... Ah, der Silberpack. Scheiße. Scheiße. Bin ich jetzt? Werkzeug. Oh, ich mach drei Kreuze, wenn ich jetzt bitte gleich, äh, wieder Medikamente finde. Ich geb auch ne Waffe ab. Versprochen. Das ist auch wieder Werkzeug. Da komm ich nicht lang. Bin ich... Ich seh halt nichts. Hier komm ich hoch. Ah, jetzt bin ich wieder draußen. Okay. Okay. Ich balte mal den nächsten Punkt da im Auge. Und seh zu, dass ich hier irgendwo Medizin herkriege. Das ist irgendwo... Wo ich jetzt Turtle Bay. Oh, da drüben. Oh, da drüben. Da steht ein Gegner. Ja, das ist ja mal. Hä? Muss ja ganz kurz einer erklären, wie das jetzt passieren konnte. Was habt ihr jetzt hier beschützt? Leute. Irgendwas müsst ihr doch beschützt haben. Nö. Die standen einfach nur so doof rum. Einfach nur um ein paar Ze... Oh, doch hier. Eine Waffe. Nel Worg. Scheiße. Warnung. Vitalzeichen legen mögliche Infektionen an. Scheiße. Wie der Untergrund jetzt so schlau ist. Ist die Frage. Hier unten ist es auf jeden Fall nicht kalt. Steigt sogar Dampf auf. So mollig warm ist das hier. Alter Schwede. Wie tief runter. Dann komme ich am Ende nicht wieder hoch. Oh, ist das dunkel. Gibt's hier auch einen Raum? Gibt's hier irgendwas zu finden, bitte? Sprach Medizin. Das breitet sich sonst weiter aus. Ach du Scheiße hier. Ja, davon habe ich jetzt langsam genug von den Waffen hier. Neuralwasser. Lol. Ich sehe halt nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Splittergranate. Könnt ihr nicht Medizin bei euch haben? Okay. Dann esse ich Müsel, die Riegel. Dann kann ich den aufnehmen. Gut. Gut. Ich bin schon zu lange ohne Medikation. Da. Oh, herrlich. Es war doch nicht falsch, hier runter zu gehen. Alarm. Infektionsausbreitung gestoppt. Die kann sich verlaufen im Untergrund. Oh. 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 das war knapp hat der reingehauen warum gut kaltmähne kann wir jetzt nicht sein nach dem feuerchen ach scheiße man muss doch irgendwo es hat so gut angefangen was ist jetzt hier ist nichts keine tür offen gar nichts na toll umsonst hier reingerannt körpertemperatur abfall entdeckt gefahr der hypotermie gestiegen da kann ich nicht kaputt schießen stoff stoff bin ich denn jetzt hier so nicht im kreis scheiße klamottenladen die elektronikern so auch ich brauche trotzdem medikamente bin ich ich glaube der server hat gerade ein paar probleme infektionsgrad nimm zu scheiße wo ist das nächste safe house ja toll das darf ich jetzt untersuchen hier nicht die 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 Fester mit Pappe und Klebeband abzudichten, um Unterkühlung vorzubeugen. Wo ist der Typ? Loll! Erste Hilfe ist jetzt zur Wiederbelebung nutzen? Wie geil ist das denn? Die machen mal so sporadisch Schaden, dass mich die Bombe da echt noch weggekriegt hat, ne? Ähm, was gebe ich denn aus hier? 400, das Ding mache ich jetzt erstmal kaputt. Weil ich nicht weiß, ob das Ding gleich besser ist. Ich muss erstmal in einem Safehaus. Wo haben wir denn da Versteck? Oh, das sieht aus wie eine Medical Station, geil. Und jetzt gib mir die Medikamente. Gib sie mir. Oh, fuck. Oh, fuck. Gut, ich guck jetzt gar nicht auf die Werte. Ey, ich war doch ge... Warte mal. Es ist eine Medical Station. Wo ist die dreckige... Wo sind die dreckigen Medikamente? Berufsdings verfehlt. Kann nicht wahr sein. Was ist das hier? Ah. Elektronik. Werkzeug, Waffenteile, aber nicht das, was ich brauche. Wasser. Hier geht's bloß wieder raus. Ich renne falsch. Da hinten muss ich lang. Fashion. Hier sind auch wieder keine Medikamente. Alles klar. Etats voll. Knieschoner. Ah. Dings Maske hier. So, ich muss erstmal weiter hier. Was haben wir hier? Softschilljacke. Irgendwo hier müssen... Es können überall Medikamente sein. Warum sind denn hier nicht einfach mal irgendwo auch Medikamente? Oh. Ne, komm. Dich lass ich jetzt liegen. Ich hab dafür jetzt grad keinen Platz. Das ist auch wieder Schwachsinn. Weil ich die Materialien ja brauch. Deswegen kann ich das nicht einfach liegen lassen. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Kann ich mir nicht selber irgendwie Medikation Medizin selber Craften Bisschen Alkohol Bisschen Bar zu fahren Was ist hier? Ach komm Nicht mal mit Treppen Sag mir einfach ob hier Medikamente rumliegen oder nicht Nee das ist Computerkram Da war schon einer drin Was ist hier? Scheiße Da war tatsächlich schon einer voll drin Gut Erstmal ins Versteck Bitte lass da Pillen sein Dass ich erstmal in Ruhe was machen kann hier Durstig Hinweise So ich hab jetzt hier nichts Gar nichts Hier ist Ich kann hier was herstellen Das war's dann aber auch So jetzt muss ich erstmal klamottentechnisch angucken Hier Komm Was haben wir hier? Okay Die machen wir mal alle kalt hier So Kommando-Panzer Nee ist nicht besser Nee V V Hä? Wovon hab ich denn so viel gekriegt hier? V Gut Gut Jetzt fehlt mir ein erster Hilfeset Ähm Wie kraftig das Da Wir müssen uns Okay, 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 okay. Okay, 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 was habe ich jetzt hergestellt? Ach ja, ich kann jetzt meine Fertigkeiten vergeben. Und ich muss jetzt dringend, dringend, dringend. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich kann nur hoffen, dass ich hier irgendwo Medizin finde. Okay. 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 Ich habe das Gefühl, ich war hier schon. Turtle Bay unerforscht. Okay. 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 Körpertemperatur sinkt unter den normalen Wert Ja, I know it Ich brauch immer noch Medikamente, man Das kann es nicht sein, dass ich hier keine Medikamente mehr finde, ne? Da hinten Medikamente, komm, komm, komm Alarm, Infektion vorläufig gestoppt Jetzt kann das meinetwegen sogar ein Alarm sein Also immer schön in den LKWs gucken, die können das da auch drin haben Können die es auch drauf haben? Ne, äh, 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 hätte sein können Gehen wir rein ins Warme, ich will mir die andere Waffe angucken, ob die besser ist Verbesserte ACR 50002 Für 7003 Dafür macht die aber Warte mal Okay Okay Geht 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 Das habe ich gar nicht mitbekommen. Muss ich da wieder nach links? Hä? Brenne ich da die ganze Zeit dann vorbei? So wie ich jetzt laufe, komme ich da gar nicht hin oder was? Stoff, sind wir da drin, nochmal Stoff. Sechs Agenten nur noch, was ist hier los? Wo bin ich? Wo zum Fuck, Fick, Pferdelscheiße bin ich? Ich ralle das nicht. Oh, jetzt schickt er mich komplett außen rum? Ich komme nur über eine Stelle dahin oder was? Wollschallpflaume. Medizin. Ja. Jo, war ja klar. Wie soll es doch anders sein? Dann ist nicht da oben. Ich gehe jetzt erstmal zum Versteck. Aber ich brauche Medikation immer noch. Warte mal, hier, der ist zu. Ach, der ist zu. Alles gibt es hier, ne? Alles. Nur keine Medikamente. Hast du irgendwas geladen hinten? Vier Agenten. Was passiert hier mit euch? Rein da. Das ist jetzt sehr groß hier. Hier ist bitte irgendetwas, was mich heilt. Fertigungstisch. Nichts. Oh Gott, verdammte Scheiße. Das kann nicht wahr sein, ey. Fortgeschrittene Virusfilter. Das kostet Elektronik. Ich warte damit jetzt noch. Ich muss erstmal Dings suchen. Meine Güte. Das ist ein Stress gerade. Körpertemperatur sinkt. Alles. Erf. Zwealthy. Der approche. Das ist das. ope. Scheiße. Warnung, Infektion schreitet voran. Schwere Sepsis. Was ist das da hinten? Ich muss da hin. Ich habe nur noch 28 Minuten. Ach du Scheiße. Wehe, da ist jetzt keine Medizin. Da ist keine. Da ist Elektronik. Ach, ihr verarscht mich doch, ey. Hier war ich eben schon. Scheiße. Körpertemperaturabfall entdeckt. Gefahr der Hypothermie gestiegen. Das wird jetzt richtig beschissen. Ich weiß auch aus dem Kopf jetzt gerade nicht, wo die ganzen Medical-Dinger waren. Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Was ist da drüben? Das ist wieder Turtle Bay. Kommen wir hier auch rein? Ah, ist doch Scheiße. Scheibenklasse am Mittag. Scheiße. Nee. Mäj, Nikita. Da komme ich nur von der anderen Seite ran. Ich finde heute keine Medikamente mehr und werde deswegen sterben gleich. Ich bin nur von der anderen Seite ran. Heilige Dreifaltigkeit. Kann hier nochmal so ein Notfallteil sein? Das hält doch nicht lange. Oh! Schmerztabletten. Gut. Wie viele habe ich noch? 23 Minuten. Ich muss das ein bisschen timen. Ich werde jetzt nur noch hier reingehen. Wie lange will ich denn nur brennen? Ich hätte nie gedacht, dass ich tatsächlich einfach mal nur die Medikamente haben möchte. Was ist hier los? Alter, hier sind alle tot. Heftiger Scheiß. Und nun? Das war's. Ne, hier ist Elektronik. Da ist Stoff. Medikamente hat keiner von euch zufällig mal hier gelassen oder so, weil er Schnuppen hatte oder was auch immer. Hallo? Ne. Das ist doch scheiße. Wie mache ich das jetzt? Dann baue ich mir jetzt gleich erstmal Equip. Warnung, Infektionsgrad nimm zu. Geht noch nicht. 13 Sekunden. Loll, hab ich mich gerade erschreckt. Diese Scheißpuppe da. Oh. Ey, kommt hier nicht rein. Da geht ihr drauf bei. Komm ich auch nicht raus. Jetzt muss ich zusehen, dass ich hier wieder rauskomme. Ey, das kann nicht sein. Exit. Jetzt bin ich raus. Jo. Alarm, Infektion vorläufig gestoppt. Vorläufig, ja, du sagst es. So. Ähm. Einfach nur hier langlaufen. Ich muss eine Kommandozentrale haben. Da kann ich mich zurecht bauen und dann renne ich schnell in die Dark Zone. Möglichst schnell. Obwohl ich kann auch direkt in die Dark Zone. Ähm. Da oben. Die Pille wirkt nicht lange, das weiß ich ganz genau. Bloß ein paar Gegner. Oder ein schöner LKW. Mit ganz, ganz, ganz viel Pillen drin. Oder Spritzen. Was auch immer. Bin ich ja gerade... Nö. Warnung, Infektion schreitet voran. Fuck. Ich hab noch 22 Minuten, das wird arg knapp. Das ist ein Kinderspiel. Medikamenten, Medikamenten. Nein. Keine Medikamenten. Fuck. Fuck. Warum muss hier überall so eine Sprengfalle sein? Wo durch das jetzt? Durch die dreckige Sepsis oder was? Ich esse jetzt was und trinke was. Oh, hier liegt doch auch alles möglich rum. Hier könnte durchaus was für mich rumliegen. Durchaus, durchaus. Oder auch nicht. Scheiße. Ja, wieder so eine Kackkiste hier. Ich will das gar nicht. Was, nicht da oben? Oh Mann. Immer nur dasselbe. Ich will das gar nicht. Ich will das nicht. Die Empfehlung des Wasserabkochens gilt auch für geschmolzenen Schnee. Zur Minimierung der Infektionsgefahr sollte Wasser vor dem Verzehr mindestens zwei Minuten lang sprudeln. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich krieg keine, keine Medikamente. Wirklich nicht. Ich krieg kein einziges dreckiges Medikament zusammen. Warum ist da jetzt ein Fahrstuhl? Hab ich dafür Zeit? Ich hab dafür keine Zeit. Oh, kacke. Ich hab vielleicht noch 16 Minuten. Damit den ganzen Scheiß finden, ey. Komm, gib mir, gib mir Unterbrechung hier. Gib mir, give me some shit. Give me some fucking real shit. Nein, ne Nahrungskonserve. Kannst du nicht ein bisschen Tabletten da drin haben? Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ja, ich bin so tot. Jetzt bin ich so tot. Ich bin 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 so tot. técnica aus. links ich könnte kotzen okay ich mache jetzt dass ich in die Dark Zone komme, wo bin ich jetzt rausgekommen? oh wieder ein ganzes Stück hinten, oh man wie lange habe ich noch? 16 Minuten jetzt noch Feuer 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 Unterschied. Und rein da, schnell, wir haben keine Zeit mehr. Kannst du mal aufhören, nicht anzuschleiken, du Idiot? Okay, die Munition reicht mir da nicht. Ich brauche definitiv was, was länger schießen kann. Ich probiere sie. Hallo? Ja, Medikamente. Ja, Schmerztabletten. Noch mehr Schmerztabletten. Geil! Ich werde überleben. Schnell mal kurz zum Schutzraum. Und dann auffrischen, jetzt ist der Stress ja wenigstens vorbei, alter Schwede, meine Güte. Oh Gott! Puh! Wo ist der Fertigungstisch? Da. So, erstmal alles, was ich nicht brauche. Weg! Doppelläufige Schrotflinter. S56. Oh nein. Ja, zu zerlegen, markieren. Jo, jo, jo. So, jetzt muss ich das zerlegen. Jetzt muss die hier die werden. Kann ich die zerlegen? Pistole. Was damit? Nichts besseres da. Kommandopaket. Was ist denn hier besser? Äh, 295 Rüstung. Ne, die beiden weg. Okay. Handschuhe. Keine neuen gekriegt, großartig. So, Ersthelfer. V, 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 V. Goodie. Das hab' ich. Gut, Signalpistole. Waffenteile. Division-Tag. Ich muss Division-Tag sammeln. Scheiße. Warnung. Infektionsgrad nimmt zu. Was jetzt? Alarm. Infektion vorläufig gestoppt. So. Was bauen wir hier? Schnelles. Schönes. Verbessert das G36. Gut. F anlegen. Passt. Warnung! Das macht ja... Alter, wie soll ich das denn machen? Alarm! Infektionsausbreitung gestoppt! So, jetzt muss ich gucken, was brauche ich für die Signalpistole? Waffenteile, zwei goldene. Okay, das heißt, ich muss zwei Waffenteile übrig lassen. Das ist aber gar kein Problem. So, Waffe habe ich hergestellt. So, erweitertes Magazin. Genau. Wo ist das Mini Reflex-Visier? Warnung! Infektionsgrad nimmt zu! Mein Gott, nervt doch nicht! Cooler Visier, laute Minderungsbremse, gesteigerte Bedrohung, Minderungsfeuerdämpfer. Auspray-Schalter, 5 Minuten Bedrohung, Präzision. Hä? Laute, kritische Treppe, gesteigerte Auspray. Ist mir scheißegal, was da drauf ist. Vertikal, Optimum, Nachhaltempo. Kultisch drüber schauen, Nachhaltempo. Warnung! Infektionsgrad, kritische Masse erreicht! Gut, das... ... ... ... ... ... Komm mal hin. Knieschoner und Holster noch. Knieschoner und Holster. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh, bau jetzt. Ich kann nichts bauen. Ach so, wegen... Ach, scheiße. Ein Teil. Ahaha. Fehlt ein Stoff. Ich hab nichts mehr an Stoff. Alter, fickt euch doch. Fickt euch alle. Ganz gehörig in den... Ah, los. Jetzt kann ich das Ding auch bauen. Nee, mir fehlt das Division-Tech noch. Oh, ich muss da unten hinrennen. Lick, bisschen. Lick, bisschen. Lick, bisschen. Oh, das wird fucking scheiße eng. 7 Minuten 40 von oben da unten zu ran. Ich hab den optimalen Wert gesunken. Boah, ich kann nicht. Keine Zeit für... Keine Zeit für... Keine Zeit für... Für die Bergung nötige Signalpistole nicht gefunden. Ja, ich weiß, dass ich die noch nicht gefunden hab. Ach, scheiße. Ich sollte vielleicht auch mal schnell die... Klamotten umziehen hier. Hab ich da noch was? 15, 15. 4, 9. 12, 16. 6, 8. Division-Tech, 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 Division-Tech. Los, ich kenn mich sonst so gut in der Dark-Zone. Also ja, ich komm noch dran vorbei. Division-Tech ist einmal hier links... Links... Drin. Was? 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 So, kommen keine Waffenteile. Ich brauch, äh, Division-Tech. Division-Tech... Hier liegt kein Division-Tech? Seit wann ist hier kein Division-Tech? Ach, die verarschen mich doch. Bin ich jetzt richtig? Ja... Da ist der Division-Tech! Ja... Da ist der Division-Tech! Ich schaff das nicht mehr, Leute. Ich schaff es nicht mehr. Fuck, wo ist die... Ich muss zum Versteck. Ich schaff es nicht mehr... ... was ist die ein oder ein bisschen? Ich muss mich überreden... Ich kann mir clutch haben mich. Öffne dich ... Lass da doch bitte noch mal ein bisschen ein paar Pillen drin sein. Ich schaff das nicht mehr. Meine Frit, alles umsonst. Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Ist hier was drin? Kann ich irgendwie was aufhalten? Nein, warum solltet ihr mir hier auch Pillen hinpacken, oder? Scheiße. Für die Bebergung nötige Signalpistole jetzt gefunden. Ja. Was für ein dreckiger Countdown. Das schaff ich nicht mehr. Das kann nicht mehr hindern. Ich finde zwar die Viren-Dings, aber dann noch ausfliegen, wenn ich jetzt nicht hier irgendwie töte. Was kann denn hier drin sein? Nur Nahrungskonserven kann hier... Ach, Kacke, ey. Scheiße, Scheiße. Es lief doch so gut. Meine einzige Chance. Oder auch nicht. Scheiße. Das war jetzt nicht gut. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Nee. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ihr könnt mich alle so am Arsch... Das ist nicht normal. Es ist nicht normal, Leute. Oh, Scheiße. Scheiße, meine Freunde. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Soll ich dazu sagen? Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. So wie ich bis zum Ende. Oh mein Gott. Und ihr habt vielleicht sogar bis zum Ende zugeguckt. Alter Schwede. Nächstes Mal schaffe ich es. Die Runde nehme ich dann aber auch auf. Alter Schwede. Ja, jetzt sitzt das erst mal. Vor allem, ich bin nicht mal an diesem scheiß Virus krepiert. Ich bin am Ende tatsächlich noch durch die dreckigen NPCs gestorben. Oh, Freunde. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, liebe Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Falls nicht immer, wie immer, konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ja, ansonsten, meine Freunde, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Freut mich, dass ihr reingeschaut habt. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Video, meine Freunde. Haut rein. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann.